Mohamed Amsif ist ein deutsch-marokkanischer Fußballtorwart. Er steht beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag und spielt seit November 2011 auch für die marokkanische Nationalmannschaft. Karriere Amsif begann seine fußballerische Laufbahn im Alter von sechs Jahren in seiner Heimatstadt bei der Tour Ruh Düsseldorf. 2001 folgte ein Wechsel zum Düsseldorfer SV 04 und als 15-Jähriger schloss sich der deutsch-marokkaner der Wuppertaler SV Borussia an. Bevor Amsif 2005 im Alter von 16 Jahren in die Jugend des FC Schalke 04 wechselte. 2007-08 wurde er Stammtorhüter der Schalke U19 in der A-Junioren-Bundesliga. In 22 Einsätzen blieb er elfmal gegen Tor los. 2008 bekam Amsif nach seinen starken Leistungen schließlich einen Profi-Vertrag bei Schalke. Der gebürtige Düsseldorfer kam bei Schalke als Ersatztorhüter hinter Manuel Neuer und Matthias Schober aber nur in der zweiten Mannschaft der Knappen. Zum Einsatz In der Saison 2008-09 spielte er zwölf Partien für die Zweitvertretung in der Regionalliga und wechselte sich zumeist mit Ralf Fährmann ab. In die Spielzeit 2009-10 ging Amsif als Nummer 1 im Tor von Schalke 2. Doch nach elf Spieltagen verlor er seinen Stammplatz an Lars Unnerstahl und kam bis zum Saisonende nur noch zweimal zum Einsatz. Aufgrund der mangelnden Perspektive bei Schalke als vierter Torwart hinter Neuer. Schober und Unnerstahl wechselte Amsif nach Ablauf seines Vertrages zur Saison 2010 elftelablösefrei zum Zweitligisten FC Augsburg und unterschrieb dort einen Zwei-Jahres-Vertrag. Zu seinem Profidebüt kam er am 19. September 2010 gegen den VfL Osnabrück, als der Augsburger Stammtorhüter Simon Jentsch mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste. Im folgenden Spiel gegen den MSV Duisburg stand Amsif erstmals 90 Minuten auf dem Feld. Nach dem erstmaligen Bundesliga-Aufstieg der Augsburger blieb Amsif die Nummer 2 hinter Jentsch. Nachdem dieser sich Ende Oktober 2011 den Ringfinger gebrochen hatte, wurde er in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei RB Leipzig vom Deutsch-Marokkaner ersetzt, der damit seine erste Partie in diesem Wettbewerb absolvierte. Einige Tage später, am 6. November 2011, debütierte Amsif bei der 1-zu-2-Heimniederlage gegen den FC Bayern München auch in der Bundesliga. Weil Jentsch aufgrund der Nachwirkungen seiner Verletzung erneut pausieren musste. Zur Spielzeit 2014-15. wechselte Amsif zum 1. FC Union Berlin. Nationalmannschaft Im November 2006 bestritt Amsif sein erstes Spiel für eine deutsche Auswahlmannschaft. Er kam für die U18-Junioren gegen die Türkei zum Einsatz. Danach gehörte er zum Kader der U19- und U20-Junioren, die von Horst Rubisch trainiert wurden. Sein Debüt für die U20 gab er im Mai 2009 beim Freundschaftsspiel gegen Italien, als er in der Halbzeit für Tom Mikkel eingewechselt worden war. In der Folge wechselte er sich mit René Vollard und später Oliver Baumann im Torhalbzeitweise ab. Im August 2008 erhielt Amsif erstmals eine Einladung des Marokkanischen Verbandes zu einem Lehrgang der A-Nationalmannschaft. Am 13. November 2011 absolvierte er sein erstes Länderspiel für Marokko, als er beim Spiel gegen Kamerun in der Startaufstellung stand. Am 29. Dezember 2011 wurde Amsif für den Afrika Cup 2012 in Gabun und Äquatorial Guinea nominiert, bei dem er im Spiel gegen den Niger, welches Marokko mit 1 zu 0 gewann, einmal zum Einsatz kam. Sonstiges Seit 2013 engagiert sich Mohamed Amsif bei Show Racism der Aid Card Deutschland TV. Im April 2013 beteiligte er sich bei einem Workshop der Bildungsinitiative und berichtete den Schülern und Schülerinnen über seine eigenen Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung